Nummer 5. Der Mixer, über den wir hier sprechen, ist wirklich eine tolle Entdeckung. Sein ergonomischer Griff ist unglaublich bequem, was beim Mixen sehr wichtig ist. Die Stabilität und der Druck, der während des Prozesses ausgeübt werden kann, sind entscheidend für reibungslose Ergebnisse und dieses Produkt bietet genau das, was Sie brauchen. Mit einer Ausgangsleistung von 1400 Watt gibt es nichts, was diesen Mixer aufhalten könnte. Er verfügt über ein Zweigang Getriebe, das sich jeder Aufgabe anpasst. Egal, ob es sich um Mörtel oder sandiges Material handelt, dieser Mischer hat alles, was Sie brauchen, um es richtig zu machen. Am Ende der Videobeschreibung finden Sie den Link zum Produkt. Nummer 4. Der von Einhell angebotene Mixer ist eine Option, die für nicht besonders anspruchsvolle Haushaltsarbeiten in Frage kommt. Mit einer Ausgangsleistung von 1400 Watt bietet er eine hohe Leistung, hat aber auch einige Einschränkungen zu beachten. Einer der Hauptkritikpunkte an diesem Bohrmischer ist, dass er nur bei maximaler Drehzahl eine konstante Geschwindigkeit beibehält. Das bedeutet, dass er Schwierigkeiten haben kann, zu harte Teige zu verarbeiten und dabei stecken zu bleiben. Dabei handelt es sich jedoch um eine Sicherheitsvorrichtung, die eine Beschädigung des Motors verhindert. In solchen Fällen muss die Bürste entfernt, neu positioniert und der Betrieb wieder aufgenommen werden. Wenn Sie an diesem Artikel interessiert sind, finden Sie den Link in der Beschreibung. Nummer 3. Sein Hauptmerkmal ist die Möglichkeit, problemlos mehrere Bohre anzuschließen, was ihn für das Bohren von Löchern in schwierigen Materialien äußerst nützlich macht. Obwohl die Leistung von 750 Watt und 600 Umdrehungen pro Minute nicht sehr hoch ist, erweist sich dieses Elektrowerkzeug als hervorragend in seiner Arbeit. Es sei denn, Sie müssen eine zu große Menge an Produkt mischen. In diesem Fall ist das erzielte Ergebnis immer noch von hervorragender Qualität für jeden Zweck. Der Preis für diesen Artikel kann über den Link in der Beschreibung gefunden werden. Nummer 2. Dieser Mixer mit einer Leistung von 1500 Watt bietet eine perfekte Kombination aus Qualität und Erschwinglichkeit. Vergleichbar mit dem Hitachi, aber zu einem viel günstigeren Preis, ist dieses Gerät mit fortschrittlichen Funktionen ausgestattet, die es zu einer hervorragenden Wahl machen. Der Sanftanlauf sorgt für einen sanften, ruckfreien Start und vermeidet so die Gefahr von ungewollten Spritzern. Darüber hinaus ermöglicht das manuelle Zweiganggetriebe die Anpassung des Mischvorgangs an die spezifischen Bedürfnisse der verschiedenen Materialien. Dank der elektronischen Drehzahlregelung haben Sie die volle Kontrolle über die Mischgeschwindigkeit und können so präzise und gleichmäßige Ergebnisse erzielen. Den Link mit dem Preis für dieses Produkt finden Sie unten in der Videobeschreibung. Nummer 1. Wir präsentieren Ihnen einen leistungsstarken Mixer mit Zubehör, mit dem Sie erstaunliche Ergebnisse bei Ihren Mixaufgaben erzielen können. Mit einer Leistung von nicht weniger als 1500 Watt und einem direkten M14 Gewindeanschluss ist dieses Gerät in der Lage, jede Herausforderung zu meistern. Eines der interessantesten Merkmale dieses Mixers ist das elektronische System, mit dem Sie die gewünschte Drehzahl eingeben können. So können Sie bei jedem Einsatz eine präzise und gleichmäßige Mischung erzielen. Darüber hinaus gibt es ein manuelles Getriebe zum Erhöhen und Verringern der Geschwindigkeit, so dass Sie die Leistung an Ihre spezifischen Bedürfnisse anpassen können. Sie können den Preis dieses Artikels sehen, indem Sie auf den Link in der Beschreibung klicken. dass Sie die Leistung haben könnten. Das geht an挑 masse. Das be Rachel is ein manuelles Getriebe zum Er straps, und das kann man nicht Denhlish Ria tommen wird es etwas, was erstaunt wird, die ich natürlich an нужен. Ich werde gerne einen Verrück dealing mit anderen